herzlichen glückwunsch die stadtbühne hat die jury überzeugt wo treffen wir uns morgen dort wo die stadtbühne hinkommt in zeiten in denen es nicht möglich ist kulturelle veranstaltungen zu besuchen wir von tamschik media und space sind begeistert von so einer idee klein und fein eine kleine bühne die mobil ist die adaptierbar ist und die alle möglichen formate zu den besuchern bringen kann spaß bringen kann begegnung bringen kann wir gratulieren herzlich und wünschen weiterhin viel erfolg so 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 so